Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lunar Magic Tutorial. Heute schauen wir uns mal den Overworld Editor an. Und zwar fangen wir wieder mal an, indem ich die Taskleiste hier oben erkläre. Wir fangen einfach mal an mit dem Layer 1 6x6 in Editor Mode, das ist das Geisterhaus hier oben. Das Geisterhaus sind die Level, die Röhren, die Schlösser, hier die Tür glaube ich sogar auch. Und wenn ihr hier auf den View Layer 1 Mario Path Button klickt, seht ihr diese grünen, zumindest meist grünen Wege. Das sind die Wege, auf denen Mario sich eigentlich bewegen kann. Er läuft also nicht auf dieser Grafik rum, wie man hier unten sieht, sondern er läuft nur auf diesen Wegen. Dabei ist zum Beispiel der blaue Weg diese Wasseranimation von Mario. Dazu komme ich aber noch. Das nächste, also hier dieser Layer 1 Event Editor Mode, der ist eigentlich gar nicht so wichtig, den habe ich auch noch nie benötigt. Ich weiß gar nicht, was der überhaupt macht. Das nächste und das wahrscheinlich wichtigste ist der Layer 2 8x8 Editor Mode, das ist hier oben das. So, und der Layer 2 sind eben, ich mache mal kurz die Animationen aus den Nerven. Der Layer 2 sind eben die ganzen Grafiken. Ihr seht schon, wenn ich hier das jetzt markiere und wegschiebe, bleibt nur noch der Layer 1 übrig. Also Layer 2 sind die ganzen Grafiken und die zu platzieren kann manchmal etwas nervig sein, weil man baut die Overworld, indem man Teile kopiert. Entweder aus der originalen Overworld oder aus dem Open 8x8 Overworld Teilselector Fensterchen. Das ist das gute Stück hier. Also, hier seht ihr schon mal, hier sind die ganzen Bodenteile und daraus baut man sich normalerweise dann die Overworld zusammen. Ich habe es mir angewöhnt, das Ganze hier, um es etwas leichter zu machen, hier rüber zu ziehen. Vielleicht etwas weiter runter, so. Weil so kann man dann ganz leicht einfach, ja, drauf zugreifen wieder, sage ich mal. So. Und somit würde ich euch auch empfehlen anzufangen. Oder ihr öffnet euch ein zweites Lunar Magic Fenster mit irgendeinem anderen Raum. Denn ihr könnt einfach die Teile kopieren. Ihr macht hier STRG-C, STRG-V in den anderen Overworld Editor und das funktioniert. Das ist das Schöne hier dran. So. Aber ich würde sagen, wir fangen hiermit an. Ihr könnt das hier auch einfach löschen. Als nächstes geht ihr auf den Layer 1, Editor Mode, zack, entfernen. Jetzt sind auch die Paths weg. Was ihr hier jetzt noch seht, was übrig bleibt, das sind Sprites. Die Sprites könnt ihr hier mit dem Sprite Editor Mode, dieser Lakitu Kopf, ja, platzieren und bewegen. Die wählt ihr einfach auch alle aus, entfernen. So, was hier jetzt noch übrig bleibt, sind die Kooperlinge. Die Sprites wurden praktisch nie im originalen Spiel verwendet. Und die Fische und das, ja, dieser Dampf vom Yoshi-Haus. Um das loszuwerden, klickt ihr hier oben auf Edit Sprites List Dialog. Hier seht ihr schon Kooper geht mal 3. Wählt ihr einfach Nothing. Smoke. Nothing. Bowser Sign lasse ich jetzt mal. Fisch mal 3. Nothing. So. Damit wäre das erste, also die Haupt-Map eurer Overworld wäre schon mal frei. Und jetzt könntet ihr anfangen hier Teile rüber zu kopieren und irgendwas zu bauen. So eine kleine Insel. Und man baut praktisch die Overworld wirklich, indem man hier Stück für Stück ganz langsam kopiert, beziehungsweise aus dem Fensterchen hier platziert. Das ist ziemlich nervig und dauert ziemlich lange. Und den Overworld zu bauen ist wirklich das Schlimmste, was man eigentlich machen kann in einem Hack. Auf jeden Fall gibt es außer der Haupt-Map sechs Sub-Maps. Die kennen ja aus dem Original Mario, die Start-Map, die Valley of Bowser, Vanilladome, Special World, Forest of Illusion und die Sternenwelt. Oder Star Road von mir aus. Und hier unten, das sind eure Layer-1-Tiles. Layer-1-Tiles könnt ihr einsehen, indem ihr auf den Open Layer-1-16-16-Tile Selector-Window klickt. Und ihr seht schon, hier ist dieser blaue Hintergrund. Das heißt, das Ganze ist transparent. Wenn wir das jetzt also kopieren, ist da kein... Ups. Man sollte auch im Layer-1-Modus sein. So. Wenn wir das jetzt kopieren, ist also kein blauer Hintergrund da, sondern das Ganze ist transparent. Das ist der Vorteil im Layer-1. Man könnte das Ganze auch im Layer-2 platzieren. Die sind nämlich auch hier unten die Teils. Aber da ist dann dieser blaue Hintergrund dabei. Deshalb benötigen wir den Layer-1. Die Layer-1-Tiles könnt ihr praktisch hier unten bearbeiten. Würde ich euch aber anfangs noch nicht empfehlen, weil da kann man schnell irgendwas löschen, was man vielleicht braucht. Ähm, ja. Wenn wir jetzt nochmal den Mario-Path-Weg anklicken, seht ihr, wie sich dieses Fenster hier verändert. Hiermit platziert ihr dann zum Beispiel die Mario-Laufwege. Ich bin schon wieder im falschen Modus. Hiermit platziert ihr dann die Mario-Laufwege. Ich habe jetzt natürlich keine Grafik oder sonst was gebaut, deshalb... Ja. Ist das hier nicht so wichtig? Zack, so hätten wir schon mal eine Kurve. Nur als Beispiel jetzt. So, dann seht ihr hier, sind manche Level so ein bisschen durchsichtig. Das heißt, die sind unsichtbar, bis sie von der Animation aufgedeckt werden. Das ist im Original-Mario ja auch so. Hier sieht man ja, sind die unsichtbaren Level. Dann, ganz wichtig, bestehen viele Dinge aus zwei Layer-1-Teilen. Zum Beispiel die Schlösser. Da haben wir einmal hier das und einmal hier das. Wenn wir uns das jetzt angucken, ist da automatisch ein Weg nach oben, weil dieser Spitze vom Schloss, dieser Weg nach oben zusätzlich ist. Möchtet ihr diesen Weg nach oben nicht, gibt es irgendwo hier noch eine zweite Schlossspitze. Die hat diesen Weg nach oben einfach nicht. Das ist dann nur die Grafik. Das Bowser-Schloss besteht dann zum Beispiel, das kann man sich ja ein bisschen angucken, hier aus ganz vielen verschiedenen Teils, die dann so ein bisschen zusammengepuzzelt sind. Das nächste werden dann wohl die Warps sein. Und zwar sind die Warps das rote hier. Ihr könnt nämlich nicht einfach einen Path von der Map auf die Map machen. Das funktioniert so nicht. Dafür müsst ihr einen Warp erstellen. Dafür nehmt ihr diese roten Wege hier und platziert die einfach zum Beispiel so. Sagen wir jetzt mal, wir hätten hier ein ganz normales Level. Nach dem Level geht es einen Weg nach unten. Und man kommt auf diesen roten Weg. Der rote Weg ist natürlich eigentlich unsichtbar. Eigentlich. Hier habe ich jetzt das falsche Teil benutzt. Ähm, ja. Habt ihr nicht gesehen. So. Wo ist denn das normale Teil? Da zum Beispiel. Das heißt, Mario würde nach dem Level nach unten gehen. Und von dem Teil zum Beispiel zu dem Teil hier auf die Map gewarbt werden. Und würde dann hier unten rauskommen und hier lang gehen. Um die Teile zu verbinden, klickt ihr einmal hier drauf. Auf den Stern. Und auf das zweite Teil. Und auch auf den Stern. Jetzt seht ihr Teil 1. Exit Index to Use. Hier habt ihr einfach Auswahlmöglichkeiten, die ihr euch nehmen könnt. 0 und 1 zum Beispiel. Wählt einfach irgendwelche für die beiden. Aber nicht dieselben. Zeit to Enter First Teil From wäre hierbei dann Up. Ne, Top. Weil man ja von oben kommt. Und damit werden die Teile schon verbunden. Das gleiche funktioniert übrigens auch. Moment. Mit den Warbröhren. Das ist einmal hier die. Und einmal hier die. Ich habe keine Ahnung, warum es die zweimal gibt. Die machen eigentlich genau das gleiche. Die verbindet ihr auch zack auf den Stern und dann das zweite auswählen und nochmal auf den Stern. So ist zum Beispiel hier auf der Startmap. Mario geht nach dem Level nach oben. Und kommt dann eigentlich auf der Hauptmap oben wieder raus, wo der Switch oben ist. So funktioniert hier der Warp zum Beispiel. Als nächstes erkläre ich kurz die Destroy Animation. Die kennt man ja zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Castle haben, da. Und wir wollen dieses Castle zerstören. Nachdem es geschafft ist, das sieht ja dann in etwa so aus, dann müsst ihr auf den oberen Teil vom Schloss klicken und dann auf den Open Destroy Level Tile Setting Dialog. Und dann wählt ihr hier ein Event aus. Und auf diesem Event wird das Ganze dann zerstört. Also das Schloss. Das gleiche funktioniert auch mit dem Switch Palace natürlich. Und ich glaube ansonsten gibt es nichts mehr. Natürlich gibt es noch das Castle hier. Aber ansonsten könnt ihr nichts zerstören. Jetzt habt ihr schon die Events gesehen, die da kurz einmal angesprochen wurden. Das werde ich jetzt als nächstes erklären. Weil das Ganze ist etwas umständlicher. Und zwar habt ihr auf eurer Tastatur diese Bild nach oben und Bild nach unten Taste. Damit seht ihr unten links bei Lunamatic steht da eine Eventnummer. Event 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. So. Lassen wir jetzt einfach mal durchlaufen. Zack. Das sind die ganzen Overworld Events auf der Hauptmap. Die wir natürlich nicht mehr wollen, weil wir wollen ja unsere eigene erstellen. Das heißt ihr löscht die erstmal. Weg. So. Und warum sind hier jetzt noch diese Teile? Ach, hierfür ist dieser Geisterhaus Button übrigens. Layer 1 Event Editor Mode. Okay, gut, dass ich das jetzt aufweise. Zack. Weg damit. Das sind die Teile, die erst angezeigt werden, nachdem man ein anderes Level geschafft hat. So, jetzt haben wir hier ein paar Animationen zur Verfügung sozusagen. Wenn ihr diese Tastende durchgeht, diese Page Up und Down, seht ihr hier, wie sich die ganzen Wege erstellen. Wo auch immer. Hier. Zack. Und so könnt ihr auch die Wege nachvollziehen, wie sie Nintendo eigentlich gebaut hat. Um jetzt eure eigene Animation zu erstellen, braucht ihr erstmal eine Insel sozusagen. Ich bereite da mal kurz irgendwas vor. Moment. So, ich habe hier jetzt einfach mal hier die Insel kopiert und ein paar Sachen darauf gelöscht, damit ich euch einmal die Animation ganz zeigen kann. Werden wir einmal kurz nochmal beweg machen, so. Und zwar platzieren wir als erstes ein normales Level. Ein ganz normales Level. Hier sind übrigens noch die blauen Level, die ihr hier seht. Das sind Wasserlevel. Da ist dann auch grafisch-technisch diese Animation, dass Mario im Wasser steht, während er auf diesem Level steht. Wir nehmen uns ein normales Level. Wo haben wir eins? Ich nehme jetzt einfach mal hier das. Und platzieren es hier hin. Nein. Platzieren es dort. Wir suchen ein bereits angezeigtes Level. Mal das. Und das. So, als nächstes gehen wir in Sprite Editor Mode. Auf Mario. Ziehen Mario auf das Level. Zack. So. Und als nächstes erstellen wir erstmal die Grafik. Das Level ist ja schon, wird ja schon angezeigt, weil es eben das Startlevel ist. Das heißt, wir nehmen diese normale Weg-Grafik praktisch. Dann nehmen wir die Wege, die anfangs noch so halb sichtbar sind. Die zum Beispiel. Und wieder der Kreis und das Levelchen. Genau. So. Als nächstes erstellen wir die Wege, also die Layer-1-Path. Einfach genau auf das Gleiche. So. Jetzt klickt ihr auf das Level und hier auf das gelbe Level-Symbol. Open Modify Level-Teil Settings. Level Number to use for this tile. Das ist einfach eure Level-Nummer. In Lunar Magic gibt es ja die Level-Nummer, die ihr hier oben einfach eingeben könnt. Müsst ihr halt gucken, welche Level-Nummer ihr verwendet. Auf der Overworld kann man allerdings nicht alle Level verwenden. Sondern nur von, ich glaube bis 20, nein, bis 24 und dann geht es weiter mit Level 100. Also alle Level dazwischen könnt ihr nicht auf der Overworld verwenden. Die sind nur für Lunar Magic, für dieses Sub-Level. Wenn ihr durch eine Röhre geht oder sowas. Und ich habe das nur nochmal durchgezählt. Das sind genau 96 Level, die ihr platzieren könnt. Und soweit ich weiß, gibt es 120 Events. Bin mir aber nicht mal ganz sicher. Die habe ich noch nie gezählt. So. Auf jeden Fall. Level-Nummer ist klar. Event to activate when above level is passed. Wenn die obere Level-Nummer, das ist ja above level, geschafft ist, aktiviere Event 3. So. Event 3. Wenn wir F2 auf der Tastatur drücken, sehen wir hier die ganzen Event-Nummern. Event Nummer 3. Mach ich jetzt einfach mal weg. Für Event Nummer 3 müsst ihr in diesem Event-Editor-Mode sein. Auf eurer Tastatur müsst ihr dann unten links Level 3, nein, Event 3 auswählen. Und als nächstes öffnet ihr den Layer to Event-Tile-Selector-Window. So. Hierbei seht ihr schon mal ganz klassisch die normalen Tiles. Zum Beispiel hier die Bowser-Höhle. Events werden platziert, indem man die Grafik überschreibt. Das heißt, die Bowser-Höhle ist entstanden, indem man das nimmt. Als nächstes wird die Grafik davon überschrieben. Sorry. Dann davon. Dann davon. Und so weiter. Bis die Höhle halt fertig ist. In diesem Fenster sind die ersten immer diese 4x4-Blöcke. Und dann die normalen Wege. Und dann gibt es hier noch... Ja, hier, das ist jetzt von der Insel, die ich rüber kopiert habe. Ja, braucht man nicht unbedingt. Hierbei seht ihr jetzt einfach normale Events. Wir wollen ja einen Weg nach rechts erstellen. Und Events erscheinen immer in der Reihenfolge, wie man sie praktisch auch platziert. Das heißt, zuerst der Teil, dann der, dann der, dann der, dann der. Und als nächstes nehmen wir dieses Level-Fenster. So. Damit hätten wir unser Event erstellt. Jetzt haben wir nur noch das Problem, dass dieses Level nach dem Event nicht angezeigt wird. Das bleibt immer noch unsichtbar. Dafür. Reveal this tile on any of these events. Also, auf welchem Event soll das Teil erscheinen? Wäre Event Nummer 3. Wenn wir uns jetzt nochmal die Events angucken, so ist das Event im Aufbau und so ist es fertig. Jetzt ist das Teil revealed, sozusagen. Als nächstes müsst ihr hier angeben. Direction to enable when a normal exit is used. Also, wenn der normale Ausgang benutzt ist, welche Richtung für Mario aktiviert wird. Das wäre in unserem Fall jetzt right. When a secret exit is used. Secret exit gibt es in dem Level jetzt nicht. Ich stelle es einfach vorsichtshalber immer auf right. Dann kann eigentlich nichts passieren. So, reveal this tile hatten wir schon. Man kann pro Event nur ein Teil revealen. Mir fällt das deutsche Wort jetzt nicht ein. Tut mir leid. Aber man kann mehr mit mehr Level, nein, man kann ein Level mit zwei verschiedenen Events revealen. Das heißt, wenn man von zwei verschiedenen Seiten auf das Level kommt, dass es dann nicht nur von der einen Seite revealed wird und von der anderen nicht. Das sollte hoffentlich verständlich erklärt sein. Dann gibt es die Initial Level Setting Flags. Enable up, down, left, right. Das würde heißen, wir können jetzt in diese Richtung gehen, ohne irgendwie ein Exit platziert zu haben, solange die Layer 1 Path platziert sind. Solltet ihr also eher nicht benutzen. Das ist für sowas wie den Stern hier zum Beispiel. Wenn man von da aus noch nach rechts gehen kann, seht ihr ja hier ist enable right angeklickt. Das heißt einfach, der Stern ist ja kein Level, dass man von da aus noch nach rechts gehen kann. Dafür ist das gedacht. Für nichts anderes. Done, level has been passed. Das heißt, das Level wurde schon geschafft. Diese Richtung hier ist dann automatisch aktiviert, ohne dass man das Level schaffen muss. Midwaypoint obtained heißt, man startet bei Midwaypoint. Der Midwaypoint, den sieht man ja immer im Level. Hierbei, bei Midway Entrance. No entry if level passed. Das heißt, soviel wie das Schloss ist zerstört oder der Switch ist zerstört, du kannst nicht nochmal reingehen. Und Save Prompt heißt einfach, wenn das Level geschafft ist, mach einen Save Point. Dann kommt ja Save and Continue oder Continue without Save oder sowas. Dieses Fenster, das kennt man ja auch. Soviel zum Level-Teil-Setting-Editor. Das nächste, was wir kurz erklären, wird der Edit Message Box Text sein. Hierbei habt ihr eure Level-Nummern wieder. Das heißt, in Level 4, Message Box, nein, Message Box, äh, Message Block 1 ist leer. Wir gucken uns jetzt einmal Level 4 an. Das ist ein Geisterhaus, ja. Und ihr habt immer zwei Message Box pro Level, die ihr platzieren könnt. Hier seht ihr jetzt die 2. Wenn wir das auf der X-Achse um 1 verdrehen, ist es bei 1. Und dann wieder 2, 1 und so weiter. Wir merken uns eine 2. Hierbei steht jetzt, Message Box Level 4, die erste, ist leer. Es gibt keine. Message Box 4, die zweite, sagt, this is a ghost house. Can you find the exit? Hey, 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 don't get lost. Das ist eigentlich nur der Inhalt. Das heißt, den Inhalt dieser Message Box Texte, den schreibt man auch auf die Overworld. Und die meisten, wie ihr seht, sind leer. Damit könnt ihr die alle auch verändern. Wichtig hierbei ist, man kennt ja aus den Switch Palaces, ähm, the power of the switch you have pushed will turn. Dann kommen diese Grafiken von den aktivierten Plöcken hierbei. Diese Grafiken sind nicht hierbei enthalten. Die platziert ihr indem ihr hier auf Overworld. Und Special Message, äh, Special Message Levels geht. Also Overworld, Special Message Levels, Zungenbrecher. Und aktiviert die Level. Das heißt, in Level 14 würde die Grafik von den Yellow Switch Palace im Text drinstehen. Und Level 14, falscher Knopf, das waren die Levelnamen. Level 14, sieht man ja hier. Das heißt, hierbei werden dann die gelben Grafiken eingefügt. So, Level 14 haben wir hier. So, und ihr seht, man startet in Level 14, wird dann aber in Level CA gewarbt. Und in Level CA ist dann der Switch platziert. Hier. Ihr müsst allerdings Message Blocks so platzieren, dass die im ersten Level, in dem Mario startet, ähm, ihre Nachricht praktisch abgeben. Das heißt, nicht in Level CA, sondern in Level 14. Sieht man ja auch auf der Overworld. Soviel zum Message Box Text. Müsstet ihr jetzt Sonderzeichen haben hierbei. Wenn ihr euren Hack auf Deutsch macht, müsst ihr gucken. Es gibt nämlich kein EÖÜ. Dabei habe ich dann einfach die Grafik von den Klammern hier zu einem EÖÜ getauscht. Das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Wenn ihr jetzt die Yoshi-Foto haben wollt, klickt ihr einfach hier drauf und da drauf. Dann habt ihr die Yoshi-Foto. Und ansonsten, ja, der Rest ist selbsterklärt. Ihr könnt hier ganz normal reinschreiben. Oder ihr könnt die Buchstaben hier einfach einzeln anklicken. Was euch jetzt lieber ist, weiß ich nicht. Ich bevorzuge das Schreiben. Das geht ein bisschen schneller. Dann als nächstes hätten wir den Edit Level Names Dialog, den ich eben schon aus Versehen angeklickt habe. Und hierbei seht ihr die ganzen Level Namen. Da gibt es eigentlich nicht viel zu erklären. Das sollte selbsterklärend sein. Als nächstes haben wir den Edit Boss Sequence Text Dialog. Wenn Castle Nummer 1 zerstört ist, kommt dieser Text. Kennt man ja mal. Kommt diese Cutscene, wie Mario das Castle zerstört. Dann Mario has defeated the demented Icky Koopa in Castle Nummer 1 und so weiter. Bei Schloss 2 wäre das dann das. 3, 4, 5, 6, 7, bla. Und da man nicht einfach weiß, welche Schlösser das sind, bei denen dieser Text nach dem Beenden aufploppt, geht ihr auf Overworld, Change Boss Sequence Levels. So, und jetzt seht ihr hier, der Boss Text mit der Animation wird bei Level 101 aktiviert, der zweite Boss bei Level 7 und so weiter. Dann gibt es noch die Endgame Sequence. Das ist Level 10 E. Level 10 E ist das Bowser Schloss. Und Level 10 D ist die Backdoor vom Bowser Schloss. Das heißt, hierbei gebt ihr einfach an, nach welchem Level der Abspann, der Titan, nee, die Credits laufen. Die Earthquake Sequence ist, wenn diese Bowser Höhle aufploppt, sag ich jetzt mal, aus der, aus dem Meere im Por steigt, dann wackelt der Screen hier und es kommt so ein Soundeffekt. Und dann gibt es noch Boss Uses Secret Exit, Big Boo. Das heißt, einfach in dem einen Geisterhaus gibt es den Boo Boss. In dem Level, was ihr hier aktiviert habt, wenn man da den Boss besiegt, wird der Secret Exit aktiviert und nicht der normale. Soviel zum Boss Message Dialog Editor Gedönster. Als nächstes, einmal nur kurz zum Erwähnen, habt ihr hier den Overworld Palette Editor. Main Area ist jetzt die Haut Map. Dann haben wir hier die Yoshis Island Map, die könnt ihr hier alle umstellen. Und ja, wie bei den Leveln auch ähnlich ist es ein Paletten Editor. Kennt man ja. Da gibt es jetzt auch nicht viel groß zu erzählen. Ihr könnt hiermit auch, hiermit könntet ihr jetzt zum Beispiel die Palette irgendwo exportieren, damit ihr die irgendwo wieder einfügen könnt. Einfügen wäre dann der Button. Aber das braucht ihr wahrscheinlich eher nicht. Was noch wichtig ist, was mich anfangs verwirrt hat, sind die Switch Palaces. Ihr seht, wir sind hier auf der Haupt Map und es gibt nur den gelben und den grünen. Klicken wir jetzt auf die Yoshis Island Map, ist der auf einmal grün und rot. In The Valley of Bows ist es gelb und rot, im Vanilla Doom auch. Die Special World hat nur so verglitschte Grafiken. Ihr seht also, man kann die nur in gewissen Subscreens verwenden. Also nicht jede Farbe in jeder Submap sozusagen. Als nächstes erkläre ich noch kurz hierzu was. Und zwar seht ihr ja, die ganze Map hier ist ein bisschen zweigeteilt. Einmal hier das, was ja hier endet. Und einmal haben wir hier noch einen ganz leeren Bereich. Und zwar, wenn ihr hier das anklickt, seht ihr hier die ganzen Xer. Das ist das, was gerade markiert ist. Wenn wir jetzt die grünen Blöcke hier antippen, sind die Level, die ihr benutzen könnt, automatisch in so einer grünen Grafik. Das heißt, die Level an sich sind nicht die Level, sondern nur die Grafik überschreibt die Level sozusagen. Möchtet ihr jetzt allerdings neue Level haben, weil hier schon alle platziert sind, die ihr platzieren könnt. Es gibt ja nur diese gewisse Anzahl hier an den grünen Dingern, die man benutzen kann. Scrollt ihr einfach eins nach unten. Hier seht ihr, sind noch überall diese Xer. Und alles ist noch unbenutzt. Wenn wir jetzt hier das Level platzieren würden irgendwo. Falscher Modus. Wenn wir hier das Level jetzt irgendwo platzieren würden, hätte das nur dieses Aussehen von den X-Dingern. Das heißt, wenn ihr das ändern wollt, müsst ihr, ich nehme jetzt mal das normale Level. Wäre dann so, genau. So wäre das Level jetzt genau auf der Grafik. Weil eigentlich braucht ihr das nie, weil die ganzen Level sind ja schon vorgegeben. Also ihr werdet das eigentlich nie benutzen. Eben hatte ich noch gesagt, das Ganze ist zweigeteilt, ja. Deshalb ist es auch vielleicht nicht ganz so klug, wenn ihr viele Events machen wollt. Viele verschiedene Events, dass ihr hier die Maps so rüber zieht. Weil die ganze rechte Seite hierbei sind die Events. Wenn wir uns das jetzt mal angucken. Hier haben wir diese 4x4, das sind gar nicht 4x4, 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 6x6 Blöcke. Die man ja hier ganz oben sieht. Wenn man die platziert wäre, das dann so, so, so. Das hatten wir eben schon ein bisschen. Und die ersten 4, ja genau. Die ersten 4 sind eben diese 6x6 Blöcke. Und dann kommen nur diese 2x2 Blöcke, wie diese Level Wege. Möchtet ihr jetzt allerdings mehr Events haben. Ihr möchtet jetzt, was weiß ich, hierbei noch einen neuen Weg haben. Ich finde jetzt keinen, den es noch nicht gibt, weil das hier ist schon ziemlich ausführlich. Könnt ihr den einfach hier drunter platzieren. Da, 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 da. Und die erscheinen dann auch hier in diesem Fensterchen. So funktioniert eigentlich das neue Events erstellen. So erstellt ihr übrigens auch hier die 6x6 Dinge. Ihr zieht dann einfach, ich nehme jetzt mal einfach das erste. So. Ich ziehe das mal da rein. Und hier ist es. Es wird also automatisch in diesen Event-Teil-Selector eingefügt, sozusagen. Dann gibt es noch den Edit-Submap-Music-Selection-Bereich. Das ist jetzt aber wirklich nicht schwer. Overworld-Map hat einfach die Overworld-Musik. Die Yoshi's Island-Musik. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht zu erklären. Dann gibt es natürlich noch wieder diese Ex-Animated-Frames, von denen ich wieder null Ahnung habe. Fragt da wirklich jemanden, der sich damit auskennt? Da kann ich nicht zu helfen. Tut mir leid. Was noch wichtig ist. F1. Damit seht ihr die ganzen Level-Namen. F2 seht ihr die Events. F3 ist was Besonderes. Und zwar, wenn man die Special World abgeschlossen hat, ist alles sehr herbstlich-Design. Das ist einfach nur diese Palette dann. Dies kann man auch hier irgendwo sehen. Sieht man hier. Special World Past. Ganz einfach. F4 ist genauso wie im normalen Lunar Magic Level Editor startet die ROM. Das wäre jetzt nichts anderes, als die ROM zu starten. F5 sind die Warp... Ja, die Warp-Nummern. Hier sieht man Stern hat Nummer 19. Warp Nummer 19. Dann geht es zu Nummer 15. Hier, das ist Nummer 15. Und Warp zu Stern Nummer 19. So funktioniert das. Einsehen ist auch nicht schwer. Mit F6 seht ihr dann die Exit-Teils. Also diese roten Layer-1-Paths. F7... Keine Ahnung. Ich probiere jetzt nochmal alles rum. F8 ist ein Raster. Wenn ihr irgendwie die Koordinaten von eurem Level wollt, was ihr eigentlich nicht braucht, seht ihr das ganz unten links in Lunar Magic. Damit könnt ihr praktisch die Koordinaten jedes einzelne dieser Felder hier einsehen. So, F9 macht nichts. F10 ist nur der Zoom. F11 sollte man lieber nicht drücken. Und F12 macht anscheinend auch nichts. Okay. Manchmal muss ich da selbst ein bisschen rumprobieren. Man lernt nie aus, sage ich dazu mal. Dann gibt es noch Change Special World Levels. Und zwar, die Overworld-Farben werden ja, werden dieses herbstlich gestaltet, sobald Level 125 abgeschlossen ist. Das ist das letzte Level der Special World. Das gleiche mit den Koopa-Pallets und die Sprite-Graphics. Das sind dann einfach, dass die Koopa-Panzer so ein Gesicht kriegen. Das kennt man ja. Dann gibt es noch die No-Auto-Move-Levels. Das heißt einfach, wenn das Level geschafft ist, bewegt sich Mario nicht automatisch in die aktivierte Richtung. Das ist hauptsächlich für die Switch-Palaces. Dann noch kurz zu den Sprites. Auf jeden Fall haben wir hier den Mario-Sprite. Das ist, wo Mario startet. Und ihr seht schon, es gibt einen Luigi-Sprite auch. Ihr könnt jetzt also Luigi da starten lassen und Mario da starten lassen. Da haben schon manche Leute so Race-Hacks gemacht, indem man die gleichen Level spielt. Und es geht darum, wer als erstes die Level schafft. Ob ihr sowas machen wollt, weiß ich nicht. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Dann zu den Sprites. Und zwar gibt es einmal den Lakitu-Sprite. Das sind Sprites, die im Spiel drin sind, aber nie von Nintendo benutzt wurden. Der Lakitu fliegt nur über Marios Kopf rum und macht nichts anderes, soweit ich weiß. Dann, was haben wir noch für Sprites? Blue Bird. Hallo? Ach, da oben. Hat man nicht gesehen wegen dem Wasser. Der macht das gleiche wie der Lakitu eigentlich und folgt immer, egal wo Mario hingeht, nur seinem Kopf. Dann hätten wir den Fisch. Die Fische kennt man ja schon, die ab und zu rumspringen. Und zwar springen die Fische genau dann rum, wenn hier diese Fisch-Teils ausgewählt sind. Hier sieht man ja schon Fisch. Da, da und da. Genau. Mit 5, also die Zahl 5 auf eurer Tastatur, seht ihr hier die Sprite-Nummern. Und X0 aktiviert, glaube ich, das, X1, das und Fisch, ne, und X2, also der Fisch wird hiervon aktiviert. Das heißt, wenn Mario durch diese Wege geht, wird dieses Fisch-Sprite aktiviert. So. Das nächste wäre dann Moving Cloud. Das ist einfach nur die Wolke, die über die Overworld sich bewegt. Das ist nicht so wirklich wichtig. Da hat meine Katze gerade was umgekippt. Falls ihr das gehört habt, egal. Dann die Koopa Kids. Das sind Jedi. Und man kennt aus Mario 3 die Level, in die man von dieser Hand reingezogen wird. Das können die Koopa Kids. Ich habe das allerdings noch nie ausprobiert. Das habe ich nur mal von jemandem gehört, der mir das erklärt hat, weil ich selbst wissen wollte, was die machen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr damit ein bisschen rum experimentieren. Ich habe es bisher nie genutzt. Smoke ist einfach nur dieses Yoshi-House-Smoke. Hier das. Dann gibt es noch Bowser-Sign. Das Bowser-Sign ist hier das Teil, das einfach nur auf dem Bowser draufsteht. Und genauso gibt es hier den Bowser-Typ, der da hinten rumfliegt. Den kennt man ja. Und die Geister natürlich noch, die um die Geisterhäuser sich rumbewegen. Was ich vergessen habe, ist die Piranha Plant. Die sieht einfach nur schön auf der Overworld aus. Ob die irgendeinen Nutzen hat, ich glaube nicht. Das ist nur so ein Design. Wieder mal, was nicht von Nintendo verwendet wurde. So viel zu den nicht verwendeten Sprites. Dann könnt ihr auch hier wieder eure Custom-Graphics einfügen. Hierbei auf die Overworld-Map. Also pro Submap könnt ihr eigene Custom-Graphics einfügen. Wenn ihr also nur für eine Submap irgendwas anderes haben wollt, zum Beispiel, könnt ihr das damit machen. Und das gleiche auch hiermit. Sieht ihr, Overworld-Map, bla. Dann, kurz zum Layer 3, weil das Ganze wichtig zu wissen ist. Wo haben wir ein Layer 3 Level? Hier. Diese Fische, diese mini kleinen Fischchen, hier sind nämlich Layer 3. Wenn ihr ein Layer 3 Level ausgewählt habt, geht ihr hier auf, kurz speichern, geht ihr hier auf File, Layer 3 Level, Load Layer 3 auf Level, zack. Und hierbei habt ihr jetzt die Layer 3 Grafik, die in dem Level hier zu sehen ist. Das geht natürlich auch mit den anderen Layer 3 Grafiken. Genauso könnt ihr hier auch die Credits laden, Load Credits, um die zu bearbeiten. Da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht viel zu sagen. Die einzelnen Buchstaben sind alle hier drin. Die Farben könnt ihr entnehmen, indem ihr auf andere Farben klickt. Ja. So viel dazu. Wenn das hier einmal durchgelaufen ist, geht es hier weiter. Und hier ist wirklich Maximum, weil dann ist die Zeit abgelaufen von den Credits. Das ist ja nur eine bestimmte Zeit. Und hier könnt ihr auch den Titlescreen verändern. Load Titlescreen. Seht ihr dann hier das? Dazu werde ich aber noch ein eigenes Tutorial machen, weil man da gewisse Dinge bearbeitet. Bearbeiten. Beachten muss zum Beispiel, wie sich Mario auf dem Titlescreen bewegt. Da kümmere ich mich dann aber in einem anderen Tutorial drum. So. So viel erstmal zur Overworld. Das war jetzt ziemlich viel Theorie, ziemlich schnell durchgekaut. Wenn es zu schnell ging, könnt ihr ja pausieren. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen. Die Overworld ist wirklich kompliziert und man braucht da ordentlich viel Zeit für, um sich da mal ein bisschen ranzutasten. Learning by doing, würde ich sagen. Ist das Beste für euch. Wenn ihr nicht weiterkommt, einfach mal nochmal ins Tutorial reingucken. Das ist ja dann kein Problem. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt sie mir einfach in die Kommentare. Ich werde mich dann wie immer drum kümmern. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Tutorial. Habt einen wunderschönen Tag. Und tschüssi.